Das ist mehr drin als das. Willkommen, Abu Sultan. Dieser Tipp, ich knacke ihn alle. Fertig. Hier, ich zieh ihn alles. Egal, wer kommt hier drauf. Ich zieh ihn komplett. Wenn nicht, muss Bescheid sagen. Leute, wenn hier nicht klappt, alte Bocke, muss hier alles knacken bei Abu Sultan. Anders geht nicht. Einige Bocke. Marokkaner, nicht? Halb, halb. Halb Marokkaner, halb Türke, halb Aragon Öl, halb Sucuk. Und diese Marokkaner hatte Probleme. Und die hat auch selber Probleme. Aber die wissen nicht, ich sag ihm gleich Bescheid. Die Marokkaner, diese halbe Türke, die hat hier Schulter, runde Schulter. Weil die hat selber Schulter gemacht. Normalerweise muss die Schulter immer nach hinten ziehen. Dann hast du kein Problem. Hat er ein Problem gehabt für die Schulter, weil die ist wie ein Käfig. Hast du das Problem selber gesehen? Habe ich gerade gesehen, aber der wusste es selber nicht. Ich erkläre ihm alles gleich. Deine Schulter muss immer so gerade, so bleiben. Und du machst immer deine Schulter so zu machen. Wie eine Ameise. Wie eine, wenn viele Zücher essen. Aber kannst du auch erklären für diese Kamera, was hast du für Probleme, komplette Probleme, was hast du? Also meine linke Schulter, die knackt immer und die tut auch weh. Und hier vorne, das kommt mehr raus und dann schmerzt was. Das kommt von Brustwirbelsäule, das kann man auch machen. Kein Problem. Sieht man das auch, wie das rauskommt? Ja, das sieht man auch. Können wir das sehen? Ja, klar. Ich muss zeigen. Also ein bisschen hier. Das ist mehr drin als das. Das ist wie Muskulatur. Eine Seite bauen, eine Seite bauen. Gucken wir gleich was machen. Von wo kommt das? Hast du eine Sportart gemacht, wie du dich verletzt hast? Ja, ein bisschen Krafttraining. Und seitdem ist das so. Aber der hat riesige Probleme und er macht Krafttraining. Das habe ich gerade ihm gesagt. Draußen darfst du nicht Krafttraining. Du musst nur Jakishan-Training machen. Leichte, leichte. Weil deine Körper braucht nur Karate und so. Nicht wie kloppte Sachen machen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya, Shafi. Ya, Allah. Sag, Ya, Shafi. Ja, Shafi. Ja, Shafi. Könnenst du Türkisch sprechen oder Amerikanisch sprechen? Ein bisschen. Beides ein bisschen. Oder kannst du Amazighi sprechen? Nein, nein, nein. Hast du irgendwelche Operationen hinter dir? Nein, Operation gar nicht. Du bist noch zu viel für diese Frage. Der ist noch viel zu jung. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Viel locker, viel gesund. Bismillah. Bismillah. Bismillah, Ya, Shafi, Ya, Allah. bismillah gerade Marokkaner sagen auch ein uff muss immer uff sagen besser hier bismillah du musst Bruder bisschen Manjari essen bisschen Kalapacha bisschen Vitamine und bei Ende Paprika Kajak Kajak oder Kajak hier diese Schorba Kuhfuße Schorba sehr gut für dich für deine Kraft für deine Nerven ja ja muss auch eine Folge machen was muss die Leute Schorba essen Schorba ist auf Deutsch Suppe Suppe ja ja fast alle Deutschen wissen jetzt was ist Schorba weil ich fahre immer nach Türkei bismillah 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 so eine Körper macht mich Angst ja Knochen und Knochen keine Fleisch bismillah einmal aufstehen gerade wie gesagt muss immer so bleiben immer so fast jede Seite 5 cm so bleiben Kommt das vielleicht so von Playstation spielen oder? von alles manche Leute so immer laufen wie eine Rapper weißt du immer so und dann automatisch dann ist es wieder alles hier wie ein Käfig wie Kanarinkäfig muss immer einfach so bleiben so wie Abu Sultan wie Tarasone wie Vendome und dann fertig mach mal eine Hände drauf aufs Gesicht bismillah bismillah ja Allah ja Allah ja Allah ja Allah zunger zusammen rein mach mal Kopf nach hinten seinen Kopf nach hinten locker ja Allah komm setzen wie alt bist du wenn ich fahren darf? ich bin 18 geworden 18 18? nicht viel? hast du Geburtstag? nein nein ich hab nicht Geburtstag also nicht heute sonst hätten wir hier gefeiert nein nein nicht heute wenn du Geburtstag hast kriegst du von mir eine Khadada kein Problem was ist Khadada? was ist Khadada? Allah weiß ich nicht ich weiß nicht ich weiß nicht wir sagen nicht später was ist Khadada bismillah besser hier Bruder sehr gut mashallah aufstehen musst du jetzt Seite schlafen links ja egal egal einfach hinlegen aber Sultan hat sie schon mal so einen Fall gehabt mit der Brust mit der Brust ich hab noch nie so was gehabt aber die viele Probleme äh die Wiebelsäule irgendwo drückt Muskeln Muskeln und Nerven die von einer Seite bauen andere nicht bauen Inshallah jetzt machen wir Brust Wiebelsäule komplett frei und dann Inshallah kommt wieder diese Muskulatur oder wieder was Gutes kommt Inshallah schön Seite eine Seite Fuß zu und ganzer Körper nach hinten ganzer Körper nach hinten der braucht nicht mit Fuß nur mit Hand das reicht für diese Gurke Vater ist Türke oder oder Mama ist reich für diese Gurke gut gib mir deine Hand so bismillah ya shafi ya Allah mashallah klagen wie rakete du musst du bleiben du musst du bleiben auf dem Rücken so Leute Moment ich zeig euch diese Maschallah diese Schal Leute Leute diese Türke halbe Türke halbe Marokkaner will unbedingt türkische Airlines haben unbedingt will türkische Airlines bismillah bismillah rrahman rrahim Istanbul viel locker tamam haide schlaf gehen nach Hause voll locker einfach Mund zu bismillah einfach Mund zu bismillah bismillah ya shafi ya Allah Allah wo warst du gerade wo warst du gerade ist voll geknackt in schallah Istanbul die hat alle so joh gesehen alle so joh ich hab Nusrat gesehen Nusrat diese hier bleib 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 voll locker ich hab Angst zum ziehen Es hat keinen Bock. Es ist ein Siegel. Diese Marokkaner, alles zu hart. Komm einmal aufstehen. Hier, hier auch hart. Ja, die Marokkaner sind sowieso alles zu hart hier im Kopf. Ich habe viele Kollegen Marokkaner. Du musst jetzt sprechen. Kurdisch, Türkisch, Marokkaner, Barbara, Amaziri und Türke. Für alle deine Leute. Ich fühle mich so leichter. Auch Schmerzen sind weggegangen. Ich habe auch die ganze Zeit Migräne. Hat mein Arzt gesagt. Und ich habe immer Kopfschmerzen 24 Stunden. Und das hat sich jetzt befreit. So ist weggegangen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, Migräne und Kopfschmerzen. Jetzt reden wir von alleine. Wir wissen nicht. Alhamdulillah, das sind große Zeugen, große Entscheidungen für uns auch. Und kennst du Türkisch sprechen? Nicht so, ja. Ja, ein paar Worte für die Türkische Leute. Ein bisschen. Al-Qadash, halbe Türke. Halbe Türke, halbe Marokkaner. Geld, Geld, Geld. Und äh... Was willst du sagen für amerikanische Leute? Soll bei Ebu Sultan kommen? Soll nicht kommen? Egal welche Nation. Alle sollen kommen. Das ist was Gutes. So für eine Gesundheit. Und diese Brustsachen, was sagt die Brust? Was sagt? Ist besser. Und hier linke Schulter ist komplett wegknacken. Maschallah, Maschallah. Maschallah, Maschallah. Aber lass mich noch einmal diese Brust gucken. Ja. Äh... Die Brust haben wir jetzt schon alles gezogen. Brustwiebelsäule gezogen. Aber Inshallah, Inshallah. Wenn der Nerv klemmt auf eine Seite. Diese Seite nicht geklemmt. Aber Inshallah diese Seite wieder Muskeln bauen. Musst du auch extra so äh... Äh... Wir sind bei Fatr Rabbil Alamin. Wir sind... Wir sind... Allah hat uns für ihn Schifa gegeben. Abu Sultan ist nichts. Wie Leute... Ich möchte noch einmal sagen für die Leute. Abu Sultan sagt immer, Kann sein eine Therapie. Kann sein zehn Therapie. Kann sein gar nichts. Kann sein nur Bismillah. Ja, Schaafi, ja, Allah geht alles. Nicht Leute denken, Abu Sultan macht Schifa, macht Gesundheit. Abu Sultan nur Wasiler, nur Sebab, nur Ilaj, nur Helfer. Allah. Schifa nur von Allah. Nur von Allah. Summa von Allah. Alhamdulillah. Es geht um, unter Drabat Abu Sultan. Khashinia, Trapi. Drabat Marokkanah. Drabat Türkei. Drabat Arab Mardin. Drabat Abu Sultan Ossmalli. Hayde, bray. Hayde.